willkommen zurück freunde auf meinem kanal mein name ist dennis a.k.a fragan stock ja schön dass wieder dabei sei top 10 attraktive parfums top 10 ja mit diesen dürften seid ihr sexy attraktiv für frauen glaubt mir das sind dürfte die immer noch funktionieren und wahrscheinlich immer funktionieren werden ihr merkt ich bin ein bisschen erkältet ja wenn man ein kind hat dann kriegt man da kann kann man noch so viel sport machen noch so viel vitamin zu dir nehmen es ist einfach fakt der ganze siff aus den kinder hatten ist einfach hardcore das ist einfach so und deswegen hoffe ich ja mal gucken das ist ob es ja nicht so hart wert wieder die erkältung ja aber gut wir ziehen das jetzt erstmal durch so aber für alle neun die das erstmal hier sind drückt die glocke abonniert mein kanal das wird mich natürlich freuen so der erste der erste duft ist das fängt schon richtig gut an elysium cologne von roger parfums ja was soll man zu diesem duft sagen die holzigkeit also sei einer außer nischen welt da gibt es natürlich viel einer der besten kopfnoten die es gibt aber allgemein dieser duft hätte er nur ein bisschen mehr dampf der hält eine ganze weile aber der muss mehr dampf haben diese also bergermotte das zitrisch an anfang alles plus das holzige ist ein traum fast ja meist aber könnte man eigentlich auch schon sagen wenn er ein bisschen mehr dampf hätte also wirklich er muss in der silage ein bisschen mehr dampf haben aber so geiler geiler durch das cologne ist richtig gut muss man sprühen ich kenne leider das parfüm nicht ich bin irgendwie bis jetzt immer noch nicht dazu kommen das parfum zu riechen aber das cologne ist nice also roger parfums elysium cologne absolut ein meisterwerk könnte man schon sagen also ist wirklich geil gemacht finde ich so der nächste der nächste kommt von louis beton und ja die lieben frauen selbst die frauen kaufen den duft selber und tragen ihn selber das kommt auch bei diesen davon zwar nur moment von louis beton das ist eigentlich der duft ja der riecht sowie ein louis store oder die handtasche ja und deswegen natürlich frauen diesen duft aber der ist aber auch geil also ist auch richtig sexy ein leder durch von aller feinsten richtig schön weiches entspanntes leder und der sexy was der ist so attraktiv jedes mal ihr bekommt für diesen duft wirklich komplimente der ist richtig nice richtig schön mehr muss man nicht sagen das ist ein eleganter sexy duft im flakon für den mann richtig nice und wie gesagt selbst die frauen ihr müsst aufpassen wenn ihr den kauft ja dann kann es sein dass eure frauen den auch mit benutzt weil wie gesagt er riecht wie so eine tasche und wie in store und das lieben die frauen und überhaupt sie sind den duft schon fast verfallen so der nächste ja wünscht mich aber funktioniert bei frauen und nicht bei jedem das ist klar man muss sagen nicht mehr bei jeder aber immer noch bei einigen und zwar zwar das auto talent ist einfach so die frische dieses ganze zitrischen anfang ist immer noch sehr sehr nice denn das sportliche hält über zwölf stunden ich habe allerdings die alte version die neue soll ja nicht mehr so lange riechen oder beziehungsweise ist die erste auflage also das ist ein duft der johnny depp durfte ich immer so schön sagen der zieht immer noch bei manchen frauen bei einigen frauen noch kommt da einfach gut an gibt allerdings inzwischen auch frauen die den nicht mehr mögen oder nicht mehr riechen können so london ideal cologne von gulland wie ich immer so schön sagt ist der nächste ja den mochten früher nicht so viele und dann auf einmal liebten sie nachdem er eingestellt worden ist ihr müsst mal gucken aber zu sind immer noch welche am start und ordentlich unbedingt so teuer aber er ist wirklich diese mandel das zitrische wirklich zitrone und mandel das ist nice und das ist der lieblingsduft von meiner frau wenn ich den trage also sie sagt das ist dein lieblingsduft den musst du eigentlich immer tragen du brauchst nur noch den duft leider hier ist wirklich die power und die heilbarkeit ja ich muss schon sagen schlecht leider der ist für zu hause natürlich gut passt natürlich wenn eure frauen diesen duft mögen und so weiter das ist egal wirklich zitrisch so ein süßer so eine süße zieht trinken natürlich durch die mandel auch und das kommt richtig gut so der nächste auch hier wie sauvage blöde standell das auto toilet entweder mag man ihn oder man hasst ihn inzwischen obwohl bei dem blöde chanel das nicht so stark und ausgeprägt ist wie bei die ohr sauvage weil da ist das noch ein bisschen mehr aber hier auch sportliche frische vielleicht die beiden in der letzten in den letzten zehn jahren mit einer der besten dusch dürfte wenn man das so betiteln möchte oder frischen dürfte vor allem sind sie sehr beliebt auf jeden fall und auch der blöde chanel ist immer noch bei frauen sehr beliebt und einfach auch attraktiv aber auch hier wie gesagt gibt es leute oder frauen die das nicht so mögen aber ehrlich gesagt das gibt es bei jedem durch da kommen auch noch ein da kommt auch noch ein duft der auf jeden fall auch das schwingt auch immer hin und her so der nächste valentin omo intense kommen also leder iris und dieses süße so perfekt gemacht auch hier die alte version noch so genial so genial also das ist ein traum was war die team da gemacht hat ja man könnte sagen haben sie es nach gemacht von die ohrom intense aber irgendwie und das sagt ich irgendwie besser so irgendwie knallt der besser und ist mehr ja mehr sex in the bottle der andere ist doch mehr schminkkasten der sky oder der die ohrom intense aber hier ist das irgendwie mehr auf sex pur gemacht also das hat schon stil sondern jetzt kommt ein cardamom duft und mehr muss ich auch nicht sagen das ist ja der einer der sexy dürfte überhaupt von yves salon lernen ja der musste natürlich hier rein und da gibt es eigentlich nicht viel reden ja die frauen mögen immer noch und ich glaube dass das ist einfach anders wie bei der wasch da ich glaube mit den kannst du auch in 30 jahren rum rennen ich habe auch noch das ist die 200 ml ich habe auch noch eine 100 ml und so weiter also hier ist schon richtig das dem muss man einfach haben den muss man in der sammlung haben es sei denn man steht natürlich gar nicht auf solch ein duft ja aber dieses cardamom diese süße dieses leicht blumige auch als es ist ja es ist auch sex pur in der flasche also richtig geil also ist auch ein guter date duft ja aber es soll es ja auch so sein attraktive dürfte eben so jetzt kommt der duft von denen ich in dieser meine ganzen dürfte die ich habe über die ganzen jahre am meisten komplimente bekommen selbst von männern selbst von männern und zwar prada luna rossers board ja geht in die lehmal richtung aber nur zehn prozent ist denn ein eigenständig dna ist davon prana luna rossa also und jetzt ganz wichtig lasst euch nicht abschrecken die hyperkeit ist nicht so gut also ja man merkt das selber das ist ein duft selbst wenn ihr lange kann es gibt das thema ich möchte das nicht mehr so auf immer wie in jedem video wenn ihr zu viele dürfte in kurzfasen wenn ihr zu viele dürfte der rocher wer kann eure nase blind werden das ist einfach so das heißt nicht dass ein duft denn schwach ist und so weiter bla dieser duft ich habe nach zehn stunden nach zehn stunden immer noch ein kompliment bekommen das ist jedes mal so faktor hält richtig gut auch wenn man das nicht denkt prana lus aus für mich für mich der beste aus der reihe wirklich es gibt gute und die reihe ist gut auch der black und so weiter aber dass der sport ist schon ein naxos naxos muss einfach dabei sein also ich habe so viel kommt im entwicklung der ist sehr attraktiv obwohl er wirklich ja honig denn tabak drin haben tabak ist ja so schwierig aber bei frauen klappt das meistens nicht so aber mit diesem duft ja natürlich auch nicht bei jeder das ist klar aber naxos die letzte zeit oft vorgestellt ein meisterwerk für mich so und jetzt kommt ein duft zu guter letzt was eben der duft genau wie so was und blöde schnell inzwischen mag man ihn oder mögen frauen die auch nicht mehr so und sagen auch nicht mehr okay der ist nicht mehr so attraktiv aber manche können einfach nicht mehr ohne ihn und sagen es geht nichts besseres und denn ich bin nicht ja ich will es nicht weiter aus schön manche nennen ihnen den dosenöffner sogar ja quit eventus hier das ist die 215 version von 2015 tja rauche ich ananas das war noch der eventus es ist immer noch eventus die dna kriegt kein dub hin das ist einfach fakt und deswegen funktioniert er und ist attraktiv ist ein attraktiver duft aber nicht jede frau macht ihn mehr und viele frauen möchten ihn nie und viele frauen sind ihn einfach verfallen und lieben ihn ohne ende und ja er ist aber auch attraktiv schon also eine schöne wenn man sich überlegt dass es ein fruchtiger ananas duft ist ist das richtig gut ja so das waren die top ten attraktiven parfümst ja mal gucken das gibt noch mehr in zukunft und ja schreibt mal unter welche dürfte ihr so benutzt oder attraktiv findet und ja ich denke mal da wird noch zwei datei folgen weil dafür gibt es so gute dürfte und aber mal gucken ich lasse es erstmal so stehen das sind die top ten und dann haut rein bleibt gesund und wie gesagt ich hoffe dass die nächsten tage dass ich videos weitermachen kann aber ich kann es nicht versprechen und dann schauen wir mal alles klar bis dann leute was gut